Fußball, Magenta TV und wir, ne? Das sind 16 Spiele exklusiv. Auch Viertelfinale, Achtelfinale. So schön. Hey, wir gucken nur das Spiel. Wir haben nicht sonst... Das sagst du immer. Sonst, Kollege, geh doch unten gucken bei unseren Gästen. Nee, ich will nicht unten gucken. Die Innenbahn niemals aufmachen. Mehr WM geht nicht. Alle Spiele der WM 2022 nur bei Magenta TV. Jetzt sechs Monate ohne Aufpreis. Ich liebe das. Ja, das ist gut, oder?